Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 8.8.2019 So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bag drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Hier wir gehen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir einen neuen Emote. Wo ist Matt? Ansonsten eher ein durchwachsener Shop. Na gut, wir fangen mal auf der linken Seite an mit dem Fokus. Dazu habe ich euch jetzt hier ein Gameplay oben rechts in der Ecke verlinkt. Ja, ich finde den persönlich nicht so schlecht. Kriegt von mir 7 von 10 für 1200 V-Bags das Teil. Hier hinten dran die Chakos noch an diesem Rucksack. Und da haben wir aktuell ein Voting von 2,93 von 5 bei 15 Votes am 12. Juni 2019. Dann ist es erstmal drin gewesen, zweimal seitdem. 27 Reminders. Das setzt mal im Shop vor. Genau 27 Tagen. Dann geht es weiter mit der Fixierung. Die Picke finde ich nice. Geht von mir auch. 7 von 10. Ein Teil. Hat hier ein Voting von. 4 von 5 bei 6 Votes. Ja, 5 Reminders. So, geht es weiter mit dem Rex. So, der Rex ist ja so dieser klassische Skin, Fortnite Skin. Hier mit dem Dino Outfit. Und ich finde den auch, wenn er typisch für Fortnite ist, ich finde den nicht wirklich cool. Also, nicht wirklich schön. Und er kriegt von mir 4 von 10. Und der Rex hat ein Voting von 3,66 von 5 bei 121 Votes am 4. März 2018. Das erste Mal drin gewesen. 17 Mal seitdem. 80 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor. Genau. 46 Tagen am 23. Juni 2019. Dann haben wir den Dino-Kommando. Den finde ich noch schrecklicher. Da kriegt von mir 3 von 10. Da hinten dieses Triceratops-Baby, was da aus dem Ei rausgeschlüpft kommt. Das finde ich eigentlich relativ cool. Dafür würde ich ihm schon wieder 4 von 10 geben. Oder sogar 5 von 10. Nur wenn dem Baby da hinten. Ich gebe dem 5 von 10. Aber 2.000 V-Bucks, Leute. Das ist ganz schön heftig für diesen Skin hier, finde ich. Bleibst dann doch wieder bei 4 von 10. So, das ist der Triceratops. Und der Triceratops hat hier ein Voting von 3 gemacht. 4 von 5 bei 9. Nachts Votes am 20. April 2018. Das erste Mal drin gewesen. 13 Mal seitdem. 112 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 46 Tagen. Dann haben wir diese rote Schuppenlackierung. Oh, finde ich jetzt nicht ganz so schlecht aus. Aber auch nicht wirklich toll. Das Ding kriegt von mir 7 von 10. So, dann haben wir ein Voting von 4,3 von 5 bei 8 Votes. Das erste Mal am 23. April 2019 drin gewesen. Das war das letzte Mal. 7 Reminders aktuell. Das ist jetzt genau 107 Tage her. Da mal die Dino-Lackierung. Die kriegt von mir... Ja, das sieht ein bisschen aus wie eine Super-Soka dann, ne? Hier der Teil. Kriegt von mir 6 von 10. Für 300 V-Bucks. Oh. Schrecklich. Die Dino-Lackierung hat hier ein Voting von 3,5 von 5 bei 8 Votes. Jo, auch am gleichen Tag drin gewesen. Auch 7 Reminders. Und eben auch vor 107 Tagen. Das letzte Mal im Shop. Kommen wir zum Power Chord. Sieht ein bisschen aus wie so eine Rocker-Freiheitsstatue. Da hinten diese geile Gitarre hinten drauf. Allerdings die Farben sind gräuslich, schrecklich. Pinky, 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 Pinky. The Storms. Hier vorne drauf. Ja, allerdings finde ich die schon cooler als die Dinos. Kriegt von mir auf jeden Fall 6 von 10 der Power Chord. Und da hat hier ein Voting von 3,85 von 5 bei 109 Votes. Am 25. März 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 12 Mal seitdem. 276 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor genau 59 Tagen. Jo, dann machen wir weiter mit der Anarchie-Hacke. Mit der Ararchy-X für 800 V-Bucks. Das Teil hat hier unten einen Totenschädel dran. Das finde ich relativ cool. Irgendwie hier so. Das da oben finde ich gut. Das da unten finde ich gut. Das da zwischendrin nicht wirklich so toll. Kriegt von mir 7 von 10 die Anarchie-Hacke. Und da haben wir ein Voting von 3,08 von 5 bei 38 Votes. Am 25. März 2018 ist das erste Mal drin. Dann haben wir es 12 Mal seitdem. 16 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 59 Tagen. Am 10. Juni 2019. Dann haben wir den Stage Dive. Den finde ich persönlich relativ cool. Ja, für den Standardgleiter einigermaßen erträglich. Also jetzt nicht relativ cool, aber einigermaßen erträglich. Der Teil ist schon deutlich besser als die meisten Standardgleiter. Geht von mir 5 von 10 für 800 V-Bucks. Der Stage Dive. Und er hat hier ein Voting von 2,77 von 5 bei 26 Votes. Am 25. März 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Zweitens hat er den 8 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 9,50 Tagen. Ja, und dann sind wir hier durch. Dann kommen wir zu der Volleymeisterin. Das ist wenigstens ein Skin, der einigermaßen gut aussieht hier heute. Mit dem Tennisschläger und dem Tennisball im Tennisschläger drin. Ihr Volleymeisterin kriegt von mir 6 von 10 für 1200 V-Bucks. Und hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 53 Spurs am 26. Januar 2019. Das ist das Mal drin. Wir sind 7 Mal seitdem 49. Wir meinen das jetzt beim Shop vor 68 Tagen am 1. Juni. Ja, da haben wir hier den Showstopper für 500 V-Bucks. Das Teil ist mega, 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 mega geil. Ja, war jetzt schon länger nicht im Shop gewesen. Ich weiß, dass mir das Teil jetzt die nächsten Tage wieder nicht mehr aus der Birne rausgehen wird. Das ist so ein richtiger... Ja, der frisst sich in deine Hirnwindung rein und geht nicht mehr raus. Der Showstopper zieht alle Register für 500 V-Bucks. Wir haben 10 von 10 das Teil. Und der Showstopper hat hier ein Voting von 4,23 von 5 bei 35 Votes am 17. Dezember 2018. Das ist das Mal drin gewesen. Siebenmal seitdem 90 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 100 Tagen am 30. April 2019. Und hier haben wir die Abtrünnige, der Renegade. Finde ich persönlich, ja, ist jetzt nicht krass, aber auch nicht so. Ich weiß, es ist ein Spitzerskin für 800 V-Bucks. Kriegt von mir 5 von 10 der Renegade. Und er hat hier ein Voting von 3,33 von 5 bei 46 Votes. 5. November 2017. Das erste Mal drin gewesen. 16 Mal seit dem 98 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 73 Tagen am 27. Mai 2019. Wer hat mal ausgefallen hier? Für 500 V-Bucks, das Teil finde ich ziemlich, naja. Ist ein Fortbewegungs-Emote. Ein wenig Tencel bringt den Kreislauf in Schwung. Finde ich nicht ganz so geil. Muss ich sagen, das Teil geht von mir 6 von 10. Das ist der Fancy-Full und hat hier ein Voting von 2,29 von 5. Bei 7 Votes am 3. April 2019 ist das Mal drin gewesen. Zweimal, 5 Reminders. Ist jetzt genau 127 Tage her. Dann kommen wir zu dem Wildwinkler. Der Wildtangent für 500 V-Bucks. Das Teil ist okay, aber er war so mega krass. Kriegt von mir 6 von 10. Also heute ist der Shop nicht so wirklich toll. Muss ich ehrlich sagen. Nicht wirklich toll. Dann haben wir hier ein Voting von 4,13 von 5 bei 8 Votes. Am 11. Juli 2019 ist das Mal drin gewesen. Dreimal seitdem 3 Reminders. Ja. So, und dann haben wir den neuen Emote. Ich hoffe, dass der wenigstens einigermaßen was ist. Wo ist Matt? Dann haben wir hier... Ja. Kommen wir jetzt zu dem neuen Emote. Ich bin gespannt. Hoffentlich ist das wenigstens was Anständiges. Wo ist Matt? Na ja. So wirklich geil ist das Teil aber auch nicht. Zeige der Welt deine Moves. Wie sieht das von der Seite aus? Ah, ist okay, sage ich mal. Kriegt auf jeden Fall von mir... 7 von 10. Wer ist Matt? Matt hat, glaube ich, noch kein Voting. Nein, da ist noch kein Voting da. Ja, jetzt kommen wir wieder mal dazu. Habe ich jetzt lange schon nicht mehr gemacht. Ich bin nur wieder Zeit, das zu tun. Das mal wieder einzuführen. Ja. Finde ich diesen Shop geil? Nö. Ich mag diesen Shop überhaupt nicht. Er kriegt von mir einen Daumen nach unten. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben. Da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News. Mit mir nimm mal gleich. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020